So, wir klöckern hier Renata Rossi und der Michi, der verrückte Typ, hat gerade seine erste alpine Route. Ich habe noch nie einen Friend gesetzt, noch nie einen Keil gelegt. Und ich habe ihm jetzt einfach mal hier diesen Sechserne hochgeschickt. Komplett clean. Und wir gucken jetzt mal eben seine Placements einfach mal an. So, hier kommt der erste Friend. Du Wichser! Junge, Junge, dein erster Friend und gleich so ein Wichser. Ja! Kinderspiel! Oh, schon mal geil! Du musst den Holzkeil anbauen. Den Holzkeil hast du gut gelegt, ey! Du hast hier süß gekriegt, kann man den Sechser noch mal. ���arts Ja, Du hast hier süßido, scheiße! Also gerne zuhimon!